Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Orion's The Blind Forest. Wir haben hier gerade das Element der Wärme gefunden und müssen jetzt zum Hobroberg, der irgendwo da unten ist. Und auf dem Weg dahin können wir uns noch allerlei Secrets holen, weil wir jetzt diesen super duper Wandsprung haben. Und wir müssen erstmal bis ganz nach unten fallen, so wie es aussieht. Naja, fast bis nach ganz unten und dann nach rechts. Okay, schauen wir mal, ob wir das irgendwie hinbekommen. Oh Gott, jetzt habe ich Angst. Ah, da lauert doch bestimmt irgendwas Blödes auf dem Weg. Okay. Yo. Okay, versuchen wir das nochmal. Nochmal, nochmal, nochmal. So. Wir werden ja vorgewarnt, genau. So, sollte passen. Perfekt. Was haben wir hier? Aha. Passt alles. Genau, wir wollen einfach zum Hobroberg und auf dem Weg dahin würden wir gerne nicht sterben. Hier geht es ganz schön weit runter. Das ist echt krass. Aber wir wollen gerne noch weiter runter. Immer weiter runter. Wir werden hier überall aufgehalten. Aua. Ey. Okay, ich hätte vielleicht einmal speichern sollen. Ich speichere hier mal kurz. Ja. Ich glaube, das ist okay. Aua. So. Müssen wir mal kurz gucken. Genau. Hier müssen wir jetzt nach rechts. Hier am besten. Gut. Ja, ja. Komm du mal mit. Mini Kuro. Toll. Ich wollte da nur hoch. Lass mich da hoch. Ich will die Leben haben. Um Leben zu bekommen, musste ich erst mein Leben opfern. Na, ganz toll. So. Kommen wir da jetzt irgendwie gut hin? Ich hoffe es doch. Doch. Äh, ja. Warte. Hier können wir sogar noch hoch. Okay, Moment. Schauen wir mal. Dann gibt es da bestimmt auch irgendwas cooles. Na, was gibt es hier? Oh. Ein Fähigkeitspunkt. Ja, geil. Dann können wir endlich unseren Dreifachsprung holen. Finde ich gut. So. Äh. Dreifachsprung. Geil. Ultra-Verteidigung. Verringert den Schaden. Der durch Feinde vor. Ist auch gut. Eins, zwei, drei. Geilo. Dann könnten wir jetzt sogar diesen einen komischen Weg da oben noch gehen. Da. Aber ich habe keine Lust gerade zurück zu gehen. Ach, da ist auch noch was. Ja, das mache ich irgendwann nochmal speziell. Hä, geht das nicht kaputt damit? Oh. Kriegen wir das denn kaputt mit einem Superwandsprung? Ja. Perfekt. Noch eine Fähigkeitenzelle. Das ist immer schön. Fähigkeitenzellen sind immer schön. Äh, genau. So. Immer weiter runter, 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 runter. Wasser. Wo genau müssen wir hin? Da links ist noch was. Da kommen wir da jetzt auch durch mit diesen komischen Sprung? Weil die waren so komisch grün. Deswegen habe ich mich gewundert gehabt. Aber da kommen wir dann anscheinend auch durch. So. Wo müssen wir hin da oben? Äh. Müssen wir da rechts hin? Irgendwie rechts hin. Also immer weiter rechts. Okay. Einfach immer weiter nach rechts. Gut. Au. Und tot. Wo sind wir gespawnt? Oh. Ich glaube, ich bin gleich wieder tot. Aber vielleicht auch nicht. Wiemals. Wir sterben nicht. Aha. Okay. An Minikoro sterben wir vielleicht. Nee. Na gut. Dann nicht. Ja. Immer weiter nach rechts. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Eigentlich. Aber so wie ich mich immer anstelle. Ach guck mal. So kommen wir sogar hier rüber. Aha. Gut zu wissen. So. Speichern wir nochmal. Wir haben ja genug Dinger davon. Und die kosten nur noch die Hälfte. Ja. Ja. Das auch noch. Äh. Ja. Immer weiter nach rechts. Und hier haben wir wieder unseren schönen Baum. Baum des Lebens. Der kleine Kuros tötet. Böser Baum. Aber auch böser Kuro. Dass er Wut auf uns hat. Obwohl das verständlich ist. Aber trotzdem. So. Wir gehen einfach mal. Unten lang. Wie komme ich denn da jetzt hin? Achso. Man kann dann. Blieblieblieblieb. So. Kann übrigens sein. Nee. Kann nicht sein. Was? Kampfflieger? Das kriegen wir jetzt erst. Okay. Warte. 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 Kommen wir da oben hin? Ich meine. Wir haben einen Dreifachsprung. Waren wir hier schon? Oh. Hier waren wir schon. Hier kamen wir schon irgendwie anders hin. Oh. Ich dachte. Wir kommen da jetzt nur wegen dem Dreifachsprung hin. Wow. Ist okay. Izuki. Runter? Runter. Wasser. Wasser. Wasser ist doch gut. Warte. Warte. Da unten ist garantiert was. Im Wasser. Tada. Und noch ein Sieg wird gefunden. Und da geht es sogar noch weiter. Was gibt es hier? Nur einen Fisch. Okay. Dass man von der anderen Seite auch noch dahin kommt. Können wir das kaputt machen inzwischen? Ich wüsste nicht wie. Aber wir können da oben hin. Was gibt es hier? Noch ein Leben mehr. Yay. Haben wir zwölf. Ne neun. Neun Leben. Erstmal speichern. Kommen wir hier noch weiter hoch? Müsste eigentlich gehen. Jetzt ist er tot. Das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Hm. Was gibt es hier? Einen Fähigkeitspunkt. Okay. Das können wir kaputt machen. Also machen wir das auch. Äh. Ja. Da oben wollte ich eigentlich hin. Aber gut. Dann halt nicht. Gehe ich halt nochmal hoch. Hm. Dank Dreifachsprung kein Problem. So. Okay. Speichern wir. Ich will hier hoch. Egal was passiert. Was gibt es denn hier? Ja. Noch so ein Ding. Ah. So kommt man hier hin. Noch eine Energiezelle. Jetzt haben wir. Neun Energiezellen. Und neun Lebenszellen. Lässt sich sehen. Lässt sich sehen. Und haben halt noch ein Secret gefunden. Was auch sehr cool ist. Alles toll hier. Alles super. Die Dinger kriege ich aber immer noch nicht auf. Ich wüsste nicht wie. Vielleicht später. Aber wir haben ja jetzt schon alle Fähigkeiten. Ich weiß auch nicht. Ach. Hi Kuro. Na. Noch immer auf der Jagd nach dem Licht. Vom Hass geblendet. Ach Kuro. Warum jagst du uns? Guck mal. Da oben können wir auch hin. Und wenn ich da hin kann. Dann will ich da auch hin. Flammenmeister. Okay. Ich kriege jetzt ganz schön viele Errungenschaften gerade. Finde ich gut. So. Kommen wir da jetzt irgendwie rein? Ne. Dafür brauchen wir noch irgendwas anderes. Diesen Typen zum Beispiel. Warte, 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 warte. Come on. Komm noch mal. Komm noch mal. Komm noch mal. Komm noch mal. Ah. Jetzt verstehe ich auch wie man vorhin die Dinger kaputt machen kann. Man kann wahrscheinlich. Genau. Gut. Dass ich daran nicht gedacht habe. Ist schon doof. Dadurch öffnet sich also da oben etwas. Interessant, interessant. Aha, aha. Was bist du denn für ein Viech? Komm mit. Komm her. Komm her. Okay. Jetzt wo ich das weiß, wie das geht. Ach komm. Der hat mich zweimal getroffen, aber er ist nicht dahin gegangen, wo er hin sollte. Pau. Sehr gut. Speichern. Immer schön speichern. Was ist das? Hä? Und wo hin mit dir? Was ist denn das hier alles? Ich bin überfragt. Wo bin ich hier? Ach, ich muss hier sogar hin. Pff. Per Zufall dahin gegangen, wo ich hin musste. Ja gut. Finsternis führte sie an diesen verlassenen Ort. Habe ich gerade schon gewundert. Warum ist hier alles so dunkel? Na klar. Werbe und so. Werbe. Rot. An den Toren des Horebergs wurde eine schwierige Entscheidung getroffen. Was? Wieso? Habe ich das Ding? Ja. Gut. Nibels Quelle der Wärme. All ihre Glanz... All ihr Glanz ist verbrannt. Ori, wenn wir diesen Ort betreten, kehren wir vielleicht nie mehr zurück. Ja, dann würde ich sagen... Rein! Nie mehr zurück, kein ist schön. Ins Feuer. Der Horeberg. Der gute alte Horeberg. Das Element der Wärme ist nahe, doch der Berg. So habe ich ihn noch nie gesehen. Wir sind so weit gekommen, haben so viel verloren. Du darfst jetzt nicht aufgeben. Wir müssen uns ins Gefecht stürzen. Spiel gespeichert. Alles klar. Schön, hier ist ganz viel Lava. Ich glaube nicht, dass wir da drinnen schwimmen können. Zumindest will ich da drinnen nicht wirklich schwimmen. Au. Au. Was? Ich darf nicht stehen bleiben, oder was? Aha. So ist das also. Ja, jetzt. Loll. Äh. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Was tun, was tun, was tun, was tun, was tun, was tun. Äh. Ähm. Ja. Was gibt es denn hier? Hier gibt es doch gar nichts. Was, was sollen wir machen? Wir bräuchten Wasser oder sowas. Wasser. Ganz viel Wasser. Haben wir irgendwas verpasst? Nee. Wir sind da, wo wir hin sollten. Wo sind wir denn da? Finde den Horebikern schnell wieder her. Ja. Das ist leichter gesagt als getan. Raus kann ich auch nicht mehr. Wie? Ich kann nicht mehr raus? Oha. Hm. Ja. Und jetzt? Wir können einen Supersprung machen. Natürlich. Ich bin aber auch ein Vollidiot. Ganz vergessen. Das geht ja. Oh. Okay. Die töten einen mit One-Hit. Ja gut. Wenn ich meine Fähigkeiten nicht im Kopf habe, dann ist das meine eigene Schuld. Ich ziehe es ja ein. Ich werde sterben. Nein. Ich werde trotzdem sterben. Einmal noch verbrennen an diesen Dingern hier. Und ich bin tot. Das bringt mir hier irgendwie gar nichts. Ich würde gerne mal wieder speichern. Kann ich hier speichern? Nein. Warum nicht? Kann ich hier oben irgendwo speichern? Hier vielleicht? Danke. Okay. Erstmal Sicherheit. So. Dann. Da hoch wahrscheinlich. Oh. Jetzt ist er gestorben. Das tut mir leid. Und jetzt? Okay. Da ist falsch. Wo geht es denn? Da links. Da rechts hin. Das sieht ziemlich richtig aus. Wieder zwei Erhungenschaften. Erfahrungen erfahrender Forscher und tödlicher Ausweicher. Nett. Was? Wieso sehen wir das jetzt alles? Habe ich irgendwas gedrückt? Scheinbar. Achso. Ja, ich wollte nur alles angreifen. Okay. Äh. Da unten sind ganz schön viele... Secrets. Die wir alle samt noch nicht aufsammeln können. Also. Erstmal weiter hoch. Hi. Ah. Okay. Das ging besser als erwartet. So. Da oben ist wahrscheinlich noch irgendwas. Aber wir gehen hier erstmal rein. Während sie im Flammernmeer des Horu-Bergs um ihr Leben kämpften. Kommt Gummo wieder an? Nein. Der ganze Walz wird zerstört. Naru kommt. Und Gummo. Oder auch nicht. Sie begeben sich in Gefahr für... Für was auch immer. Naru kommt alleine. Wünschte Naru sich einzig und allein, ihr Kind wiederzusehen. Naru! Wo bist du, mein kleiner Freund? Ich vermisse dich. Wo bin ich? Yo. Okay. Cool. Au. Oh nein, dann kommt doch bestimmt der Lava nach oben Wenn wir den hier aktivieren Müssen wir vor der Lava weglaufen Wow Und wenn das jetzt immer wieder schwerer wird Von Dungeon zu Dungeon, sag ich mal Na dann, Happy Birthday Hori, dieser Felsen scheint instabil genug zu sein Durch mein Licht können wir sie Vielleicht nutzen, um die Lava aufzuhalten Aufzuhalten Oh Nein, sein Bringe dich nicht in Gefahr Hört die Lava jetzt auf? Wird die Lava jetzt Wasser? Das wäre schön Nee, aber zumindest Hört es Schon mal so auf Sehr gut gemacht sein Sehr, sehr schön Und der Dreifachsprung bringt auch Gute Sachen Oh Gott Was ist denn hier überhaupt? Ja, wahrscheinlich Ist zwar nicht Ist zwar nicht ganz so cool Aber gut Nein Nein, 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 nein Ach komm Wegen Wegen diesen paar Millimetern Kann ich gar nicht verstehen Warum das nicht sicher sein soll Gut, warten wir halt ein bisschen länger Bis wir abspringen Jetzt sind auf jeden Fall die ganzen Feuerfontänen weg Oder Lavafontänen oder was auch immer das darstellen sollte Heißt also, wir haben weitere Wege, an denen wir lang gehen können Wie zum Beispiel hier Jetzt können wir hier rein Da konnten wir eben noch nicht rein Glaube ich Okay Was ist das schönes? Das ist eine Eule oder sowas links Wie soll ich denn das so schnell machen? Ich glaube das war falsch Hm Okay, wahrscheinlich Man kann das nicht so lassen, dass die Dass das jetzt aufhört Nee Okay, dann wahrscheinlich so rum Und dann? Das wäre meine Idee gewesen War scheinbar falsch Dann nochmal Über diese Rätsel hier Aber es bringt ja nichts, wenn der da einfach nur oben ist Ich wüsste zumindest nicht was So ganz allein Das heißt, ich muss eigentlich warten, bis das Ding hier ist Dann Lege ich das wieder um Gehe da schnell rauf Mach meinen Super Jump Und muss dann ganz schnell auf den zweiten So würde ich das jetzt machen Ob das richtig ist, weiß ich nicht Aber es müsste eigentlich funktionieren Oder nicht Mann Die hat keine Ahnung Oder musste ich die irgendwie erst weg machen Durch irgendein anderes Tor Ich habe keine andere Idee Wenn ich ehrlich bin Das ist ja denn, ich kann das hier oben kaputt machen Nee Hä? Aber das kann doch auch nicht richtig sein, oder? Was ist denn da oben eigentlich? Ist das wichtig, dass wir da hinkommen? Da sterbe ich ja auch sofort Nee Das kann doch nicht richtig sein Aber das bringt mir ja auch nichts Hä? Jetzt komme ich auch nicht mehr zurück Da sterbe ich sofort Ich habe keine Ahnung Wenn ich das zu früh mache, sterbe ich sofort Warte Wenn wir das jetzt machen So Pam, tot Muss ich quasi schon ein bisschen weiter nach Rechts, oder wie? Ich sterbe da doch sofort Hä? Ich glaube, das ist doch falsch Mein Gedanke Ich sterbe sofort Ich kann da gar nichts machen Kann ich mir aber auch nicht vorstellen Dass das so sein soll Also warum versuche ich es? Hat das jetzt sogar geklappt, oder? Moment Ich glaube, ich mache das hier zu kompliziert Oder ich kann es noch gar nicht schaffen Oder sowas Hm Ich komme da ja gar nicht ran Ich komme da ja gar nicht ran Nee, ich sterbe ja sofort Kein Plan Ich gehe hier erstmal wieder raus Das ergibt für mich keinen Sinn Und tschüss Aber da steht eine Eins dran Na ja Schauen wir erstmal weiter Gehen wir erstmal wieder zurück Wow Ach, ich lebe noch Okay Ich lebe noch So, der Wasserfall ist hier immer noch Hä? Wo muss ich hin? Ich muss doch garantiert darüber Aber was muss ich da machen? Ich bin zu blöd für dieses Rätsel Ja, hier sind die ganzen Dinger nämlich noch da Ich muss auf jeden Fall da hoch Das ist jetzt doof Dumm gelaufen Wie kam ich denn da hoch? Jetzt komme ich da nicht mehr hoch Ich bitte euch Achso Mit einem Supersprung natürlich Ich volldödel Ne neun Okay, hier waren wir aber auch noch nicht Gut, gehen wir erstmal hier rein Na gut, wie es aussieht Müssen wir ihn mit seinem eigenen Feuer einfach töten Und dann kommen wir hier durch Genau Genau Okay Okay Hä, da ist ja gar nichts. Ah, wie uncool. Wie, da ist nix. Wir müssen die alle töten. Oh, nein. Nein, 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 nein. Das ist nicht gut. Warum müssen wir die alle töten? Ich will die nicht alle töten. Okay. Aber scheinbar müssen wir die töten. Das tut mir leid. Fuck. Ah, okay. Ging ja doch recht gut. Aber da muss man erst mal drauf kommen. So, das können wir jetzt wahrscheinlich runterdrücken. So. Perfekt. Was bringt uns das? Sehen wir. Die Nummer 4 haben wir freigeschaltet. Oh nein. Wenn es echt neun von den Dingern gibt. Das Spiel gespeichert. Sehr gut. Dann ist das eher nicht so schön. Wir haben die 4 freigeschaltet. Die 1 war ich zu blöd für. Habe ich nicht verstanden. Wahrscheinlich irgendwas mit dem Superjump. Aber was genau? Keine Ahnung. So, wo ist denn die 4? Da unten? Vielleicht. Ne. Okay, wo ist die 4? Oh, es gibt wirklich neun von den Dingern. Na, herzlichen Glückwunsch. Gut, dann gucken wir mal, wo die schöne 4 ist. Hui. Da ist sie. Gefunden. Hallo, 4. Was haben wir denn hier? So. Okay, ich glaube, das ist der anspruchsvollste Dungeon von den ganzen, die wir bisher hatten. So, können wir eigentlich irgendwas upgraden? Ultraverteidigung. Ah, pff. Das hier können wir holen. Ja, das holen wir uns auch. Wenn das nur 2 Energie kostet. Können wir nochmal speichern. Ja, perfekt. Aha. So, was gibt es hier Schönes? Was ist das? Was ist das? Ich kann auf jeden Fall keinen Jump daran machen. Können wir das angreifen? Nein, auch nicht. Okay. Kann ich mich da drüben hinstellen? Oh. Nein. Gut, dann machen wir andere Sachen. Wie zum Beispiel hier hochklettern. Oh. Da sind Stacheln. Ah. Okay. Hm. Müssen wir das einsammeln? Nein. Das war ein Magmastein, der uns tötet. Okay. Gut zu wissen. Es sah so aus, als ob man es einsammeln könnte. Tut mir leid. Geht. Okay. Dann halt ein bisschen daneben. Zufrieden? Speichern. Toll. Was sollen wir hier machen, wenn man keinen Dreiersprung hat? Dann ist das doch viel zu schwer. Hä? Warte, warte, was? Was, 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 was? Ich verstehe gar nichts. Also, wenn ich das hier anmache. Achso. Ich muss das schon vorher entscheiden, ob ich rüber würde oder nicht. Okay. So. Verstanden. Okay, verkackt. Das kann was werden. Können wir da unten eigentlich lagen? Warte mal. Nein. Okay. Wollte ich nur sicher gehen. Entschuldigung. Das sah nämlich nicht so aus, als wenn das hier im Vordergrund wäre. Diese Lava. Aber scheinbar ist sie das doch. So. Schnell auf die andere Seite. So. Schnell auf die andere Seite. So. Schnell auf die andere. Komm schon. Ach, man kann einfach rüber. Okay. Das macht das um einiges leichter. Kann hier einfach rüber hüpfen. Ohne zu hüpfen. Wenn ihr versteht, was ich meine. So. Das haben wir geschafft. Kann man hier speichern. Sehr schön. Was gibt's hier? Ein komischer Stein. Okay. Kann ich den irgendwie wegschubsen? Nö. Oh, guck mal. Ich kann das auch mit Y. Man muss gar nicht LT drücken. Die haben gelogen. Man kann das auch mit Y. Lohn. Energiebündel. Wir sind ein Energiebündel. Yo. Bevor wir hier gleich sterben, machen wir lieber die Aufgabe zu Ende. So. Das war's. Yo. Okay. Haben die drei mit Punkt freigeschaltet. Wieso sind wir jetzt wieder hier oben? Ich war doch eben schon da unten. Au. Ich war's. Ich war's. Ich war's. Und jetzt? Wir müssen echt den Weg wieder zurück. Leichter gesagt, wer hat's getan? Würde ich meinen. Aber okay, wir kriegen das irgendwie hin. Wenn wir hier nicht andauernd getroffen würden, dann wäre das sogar gar nicht mal so schwer. Ach komm. Mein Descounter, nein. Lass mich leben, lass mich ein... Wie, hier ist ich sicher? Natürlich ist das hier sicher. Hier ist alles sicher. Alles sicher. So. Sag ich doch, alles sicher. Ich geh hier raus. So, hab ich geschafft. Ist gut. Jetzt müssen wir zur 4. Die 4 ist wo? Erstrahlen die, die wir schon geschafft haben? Oder die, die wir schon drin waren? Ich weiß es nicht. Äh, die 3. Die 3 müssen wir jetzt machen. Die 3. Wo ist denn die 3? Hier unten irgendwo? Hier, ja. Okay, ab in die 3. Die machen wir noch. Kurz. Ah, ja, okay. Äh, ja, okay. Ist, ist cool. Können wir den nutzen? Nee. Okay. Okay. Äh, ja. Ich bin bis zu Wasser. Willkommen in die 3D-10 an? Kyuh. ah da waren stacheln gut okay wohin 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 ich glaube wir brauchen sein laser seinen seinen puff puff ding dass er so ging besser als gedacht hier kommen wir nicht weiter ach komm das muss doch gehen wie das geht nicht müssen den anderen weg gehen wie kommt man denn da jetzt hin die ja tot wir sind tot wir sind tot wir sind tot wir sind tot wir können das ja jetzt schon aufladen ich verstehe es wieder nicht wie komme ich da hoch ich kann das jederzeit aufladen aber dann kann ich nicht mehr hüpfen ja wir müssen irgendwas machen toll das war es nicht ganz aufgeladen hey wie komme ich denn da hoch es ist die ganze zeit nicht ganz aufgeladen aber ich weiß nicht warum es geht nicht es bringt auch irgendwie nix und wenn es die wenn ich den sich selber töten lasse das ist alles merkwürdig hier mal wieder so bringt mir das irgendwas nö außer dass er nicht mehr rumnervt da sind komische sachen da oben komme ich nicht hin da komme ich nämlich doch ok man diese blöden stacheln ich muss von der anderen seite hin komm sein geh jetzt da rein jetzt bin ich schon hier oben hingekommen und du machst das trotzdem nicht das kann ich denn derzeit das kann doch nicht an derzeit aber so soll man das eigentlich machen ja ist das ein stein kann ich hier lang gehen das tatsächlich ein stein ach so sagt das doch und ich versuche die ganze zeit mit diesem blöden ding da was zu machen okay dabei ist das so einfach und wir müssen einfach nur hier durch ein paar tode wieder umsonst reingeholt auch nicht schlecht oh ja ok so du sollst da oben rauf mach das mal bitte danke ach die folge geht schon wieder so lange aber den hier mache ich noch kurz so warte nein 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 wie soll es da rüber warte warte bleib hier bleib hier wie das geht nicht oh nein jetzt komm her natürlich geht das so perfekt ich habe gesagt perfekt so und wenn ich sage es ist perfekt dann ist es auch perfekt okay was passiert dann wird da ach so unnötig aber okay aber okay ne warte 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 wir können wenn wir nicht okay ich verstehe schon ich werde dabei sterben das spiel will einfach dass man stirbt es ist darauf ausgelegt dass man stirbt nein du bleibst da oben gut so so stimmt eigentlich ich sollte vielleicht nochmal speichern so bevor ich das gleich alles nochmal machen muss so okay und wie komme ich da jetzt ran hätte ja klappen können aber so geht das doch oder ich muss den gerade hoch machen und dann da ja ah man ich hatte es eben hab dich und nochmal andersrum okay alles gut alles gut hab ich geschafft easy easy okay gut war es das jetzt hier ich hoffe doch überall diese Lava ah okay da mach kaputt gut so so fehlen nur noch 6 oder so oder 5 die Lava ist ein bisschen weiter runter gegangen okay immerhin spiel gespeichert sehr gut sein machst du toll schnell raus hier bevor wir wieder sterben speichern genergie stern holen hier und au nochmal speichern okay und dann würde ich sagen dann danke ich euch erstmal wieder recht herzlich fürs zuschauen liebe Leute beim nächsten oh ich hab jetzt nicht drauf geachtet wo wir als nächstes hin gehen müssen wahrscheinlich wieder da oben links den ich aber nicht verstehe naja ja bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs zuschauen liebe Leute würde mich freuen wie ihr noch beim nächsten Mal wieder einschalten werdet wenn wir dann die restlichen paar Tore hier noch machen und dann mal gucken ob dann schon das Finale ist oder nicht auf jeden Fall haben wir schon 89% des Spiels geschafft also lange kann es eigentlich nicht mehr gehen ich dachte ja eigentlich jetzt wäre das schon das Finale aber da wusste ich ja auch nicht dass der dass die Elendsruinen hier so doll sind ne der Haruberg wir sind in dem Haruberg tut mir leid ja wie es dann also im Haruberg beim nächsten Mal weiter geht seht ihr dann beim nächsten Mal bis zum nächsten Mal und tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.